Hallo YouTubbies! Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Graveyard Keeper. Nachdem die letzte Folge dann telefonisch und so leicht gestört war, schauen wir mal was wir jetzt wieder fabrizieren können. Äh, Snake-Tag interessiert mich nicht. Morgen ist Astrologen. Müssen wir zu denen irgendwas? Äh, da muss ich nochmal in den Keller. Ja gut, das könnten wir jetzt theoretisch machen, aber... Habt ihr große Lust nochmal in den Keller zu gehen? Ach komm, vielleicht in der nächsten Etage. Könnte ja klappen. Wir haben noch elf Tränke. Reicht also von dem Anfang. Ich müsste mal den ganzen Honig loswerden hier. Ich weiß nämlich nicht mehr wohnen damit. Ach Gott. Zu viel Tränke brauchen wir noch nicht, würde ich sagen. Wow. Ich denke mal das kann ich mehr haben. Hier Honig. Oh Gott, ich... Ich sag ja, ich will eigentlich mal umbauen. Wäre wirklich mal in der Zeit. Futter brauchen wir eh zum Aufheilen. Nicht alles, aber egal. So, jetzt Abmarsch und... Habe ich mir noch irgendwas eingesammelt, das ich in der Worte nehme. Äh... Hier ist noch Feuer drin, aber nichts, was wir machen können. Also ein Hopfen... Wir brauchen auf jeden Fall Gold, sonst kommen wir nur auf Gold. Ja, mein Freund, ich komme. Nur nicht hetzen lassen hier. Jetzt kommen wir noch ein bisschen runter. Ein Mensch wandelt. Der hat ja was zu tun. Blockieren sich gegenseitig quasi mit den Bedürfnissen. Beziehungsweise der eine ist einfach zu langsam. Vielleicht mal zwei. Ah ja, wir haben ja schon festgestellt, dass wir es nicht können. Ich würde wirklich gerne mehr einpflanzen, aber warum? Ich würde ihm Achter leisten. Okay, von mir aus. Sammling heran. Ja, kann unterwegs sammlingen. Fertig. Was kannst du uns über die Schöne sagen? Oh, der ist schon in der Nacht. Scheiße. Geht da unten im Keller eigentlich die Zeit los? Ich habe keine Ahnung. Das nächste ist nicht hier. Keine Ahnung. Da eine Stufe 8. Mal gucken, wie hat er gehen müssen. Wahrscheinlich bis ganz oben. Hier kennen wir und wahrscheinlich sind wir im ersten Level irgendwo. Das ist ein bisschen genervtlicher scheinbar. Denken wir positiv, denke leider. Wir können nicht alles beeinflussen. Das tut ihm gar noch. So ein und so. Ah, jetzt wissen wir, woher wir unser Lexlis Bruder bekommen. Von dem ich schon ganz sicher vergessen habe, wofür das eigentlich gut war. Jetzt haben wir die Alchemiegeläher und was machen daraus hergestellt? Keine Ahnung. Wahrscheinlich Vitalisierungstränke unter dem Bild. Ja, ich versuche mich mal ein bisschen besser anzustellen. Das ist wirklich so ein Teil des Spiels, auf den ich hätte verzichten können. Wirklich hätte verzichten können. Wirklich. 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 erst mal ihr mich kommt mit ihr her das für komische Samen haben wir jetzt auch noch nicht für das gleiche Fall so linden wir jetzt kein Weg mehr ja dann guck mal ob du das kannst du jetzt wieder sehen oh danke für die Kohlenform die musste ich jetzt noch haben 10cm gefehlt und dass die Dinger immer so verzweigt ich weiß nicht ob das schon linden ist oder ob die sich das haben extra einverlassen aber das nervt auf die Wohne Beschleunigungstränke wäre ich jetzt hier schon verzweifelt irgendwo unten rechts ist der Ausgang können wir uns gleich mit dem Platz machen Schlimm ist das könnt ihr noch ne Stille weiter nehmen das geht noch ruhig weg und das hier Gold neun Gold Nuggets ne dann werde ich jetzt auch nie so lange überlegen denke ich wie das langsames Puder sie übernommen Todes Puder nicht Ordnungs Puder kennt man auch noch giftiges Puder das ist halt gut dann ausgerechnet das scheiße weg das sollte jetzt alles gewesen sein schluck Cappuccino weg ah ich weiß ich störe euch dann auch so ein bisschen mit meiner Laune ne aber ich hätte euch vor ihr seid so ein kleiner 6 jähriger Junge der einfach nur Zeit mit Papa haben will ja ja und der dann einfach auch mal rechtschaffend erschöpft ist ja und dann irgendwann auch mal einfach seinen Spaß haben will mit Papa aber also die Weinproduktion war jetzt auch nicht so richtig ertragreich ne von einem großen Vorrat an Goldwein plus 50 Silber oder so ist schon ein bisschen wenig möchte ich fest sagen so das haben wir das haben wir auch schon das haben wir auch schon können wir so noch mal austesten also Notfall sogar dreier Leichen also dreier Rote und so jetzt natürlich nicht die Qualität ja das ist ein bisschen arg wenig vollwert ne wenn 10 Minuten ausgeht muss man das Fett noch mitnehmen minus ein Rot bitte plus ein Weiß jetzt müsste man künstlich zwei Rote hinzufügen damit wir das noch aufpimpen können ne das bringt nicht schnell die Leiche ist einfach mal schlecht grundsätzlich schlecht ich muss später machen hab grad nichts zum ablehnen gut gehen wir kurz rüber komm mal gleich du bist noch beschäftigt sehr schön du bist schon mal getränken das gefällt mir oh jetzt sind wir immer müde zu einem Überfluss ich bin leider komm wir mich gleich völlig falsche Kiste komm jetzt jetzt habe ich die Recherche ne das ist jetzt die wo die ich guck mal ich steh auf einer oder ist das so so nah leck mich am Arsch bin hier und das ist alles so ja ja erstmal der Suche Kohlsaal machen wir nicht wie schön muss ich jetzt unbedingt nehmen und da gut das wird die mitgebracht aber da eine blaue Schleim schwarze Schleim den haben wir jetzt das erste Mal kann also warum naja ein bisschen blau gibt es 64 und einen da ist ein bisschen sehr bisschen meint ihr nicht also ganz schön bisschen ein bisschen sehr sehr bisschen viel zu bisschen möchte ich sagen die Nuggets können wir hochnehmen ne die lass mal hier Gold-Elexie und so füllen wir gerade zum Schein auf keine Skillbooks der Schreibschule aber zu lösen nein du hast da noch in einer anderen Kiste ich weiß darauf kommt es da jetzt wirklich nicht an oder komische helllilane purple was auch immer so insofern ist aha du bist nur gerade bei der ach so du machst jetzt blau und dann ach das gelb und dann das guck mal kurz wieviel von den lilan könntest du machen drei was du machen kannst das ist ja schön zu wissen wenn die mal wenigstens schlau wären dann zum nächsten zu springen ich glaube das sind die nämlich kaum nicht egal Morden sammeln keine Morden rein da hatten wir alles nur 1,2,3,4,5,6, ne ja das hat's nichts da oben wird eh verschandelt oh Gott es ist ja Gebetstag warum sagt mir das keiner was ist das heute jetzt ah hat gerade am wechseln Gott Platz hier ich muss beten äh du wirst schon ja wir liegen lassen da sind wir überhaupt gar nicht ja wir müssen noch die anderen Leichen raus und so und so ich finde den Baum da oben fertig so so dass er das schon wieder gehangen hatte hat er noch irgendwas was wir bauen können den Zaun hatten wir auch schon auf Maximum gut ja Gräber verschieben und so ab kommt egal jetzt noch schnell die Leiche verbrennen dann machen wir das auch hinter uns an da haben wir jetzt alles in den Krempel vielleicht nehme ich ihn wieder mit Tollschrotte die jetzt unterwegs ablegen ah den haben wir da hmhm siehst du darfst mich live bei der Arbeit beenden alles klar schön Freudenfeuer gut falsche Bezeichnung bei der Feuerbestattung ohne her ich stört es immer noch dass das mit der Seebestattung das Samtnir leck ist jetzt der YouTube irgendwas umgestellt hat und das Samtnir leck ist jetzt ähm ablegen schaffen machen schlafen weil Erschöpfung nein leck mich nein lass mir Ruhe lass mir Ruhe ah verdammt so so drei haben wir das auch hinter uns und jetzt Tiefschläfer dankeschön dann wird das gar nicht so lange dauert ja dann gleich zum Gebet Weihrauch für alle was ist denn hier draußen vor der Tür schon ach fährt wieder auch was Großes vorbei ist mir egal zwei danke nächste Tränke haben wir noch wunderbar ein bisschen schneller ja ich hab schließlich ein Gebet abzuhalten Leute du dürstet es nach unserem Wissen Wollten wir eine neue Gebet auch mal kaufen irgendwann also machen ist schon was ich meine ich nehme erstmal den Schein an Scheiße aber das muss man mal nur sagen ich will eine ungerade Zahl möchte ich mal festhalten wir haben auch ein neues Grab draus das reicht tatsächlich für die Uhr ich weiß nicht ob wir jedes Mal jede Woche so viele Prozent hier oben sind nein ich weiß und reicht da Wahnsinn ich bin schloss für eins so wir haben 6,37,950 geht etwa 108 Voraussetzung 60 ich würde gerne ein paar Worte sagen drängelt euch hier ein in den schönen Buch unsere Kirche klasse Lasset uns um diesen Segen gehen oh wow Lasset uns um diesen Segen gehen oh wow Ah gleich gibt es neue Marmorsärge also morgen ist eigentlich kein Marmorsärge vor allem morgen ist überhaupt gar keine Särge wir hauen die Leichen immer nur in die Erde rein ist euch doch schon mal aufgefallen ein bisschen makaber ein bisschen makaber Einzelne weiß ich gar nichts hier das ist nichts aber trotzdem so 58 Glauben oh geht schon so das dauert uns lange ich hab's eigentlich 24 ist hier nix ja gar nichts ist das aber immerhin das heißt nichts bis jetzt wieder dann ich sage gerend事情 an das ist 개인